Das Dual-Degree-Programm ist ein Programm, wo man eine gewisse Zeit, nämlich zwei Semester lang, an einer Partner-Universität verbringt. Zum Beispiel hat die FH des BFI Wien und die Hochschule in Furtwangen da eine Partnerschaft, wodurch es ermöglicht wird, dass man eben vier Semester lang an der einen Universität studiert und dann zu einem passenden Studiengang an der anderen Universität jeweils für zwei Semester wechselt. Und anschließend ist man dann befähigt, an diesen beiden Universitäten den Bachelorabschluss ablegen zu können.